Hallöchen, ich zeige euch jetzt was ganz cooles auf unserer geliebten Ultra Knusperplatte. Hierfür brauchen wir ein paar Kartoffeln. Ich habe das schon ein bisschen vorgearbeitet, weil wie man Kartoffeln schneidet, hoffentlich wisst ihr ja. Also ich tue sie achteln die Kartoffeln. Ich habe sie nur gewaschen, nicht geschält. Und dann verteilen wir das da ganz schön auf der Knusperplatte. So, dann gebe ich ein bisschen Olivenöl drüber. Dann tun wir das ganze salzen und pfeffern. Salz vertragt das schon, ein bisschen Kartoffeln. Ein bisschen pfeffern. Damit ihr halt aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und dann brauchen wir Paprika edelsüß ein bisschen. Und ein bisschen Rosmarin. Da müsst ihr auch vorsichtig sein, wenn es zu viel wird. Also mir persönlich schmeckt es dann nicht mehr. So und dann tut ihr das vorsichtig mit einer Teigspachtel. Ein bisschen umrühren. Was brauchen wir dann noch? Einen Ultra Deckel von 3,5 Liter bzw. vom 2 Liter Ultra. Die Ultra Knusperplatte gibt es jetzt in Aktion. Die Knusperplatte gibt es jetzt um 29 Euro. Und wenn man sagt, gut ich habe noch keinen Ultra 3,5 Liter, habt ihr jetzt die Möglichkeit den 3,5 Liter Behälter plus Knusperplatte plus passenden Deckel um nur 103,50 Euro zu kaufen. Unsere Kartoffeln kommen jetzt bei sieben Minuten in die Mikrowellen 900 Watt. Und wenn es fertig ist, zeige ich euch alles. So, die Mikrowelle ist fertig. Jetzt nehmen wir das raus. Es ist Mikrowellen heiß. Das heißt, eigentlich braucht auch gar keine Handschuhe dafür. Riechen tut es schon mit Deckel irrsinnig gut. Wir machen den Deckel immer weg von uns auf wegen einem Dampf. Das riecht gut zu sagen. Jetzt kosten wir das Ganze natürlich auch, ob das gereicht hat, die sieben Minuten. Mal aufpassen, wenn ich die Zwiebel verbrenne. Oh! Sie sind durch. Und es ist sehr heiß. Oh! Also es funktioniert wirklich irrsinnig super. Das ist auch, ich meine, ich habe jetzt im Ofen das Zwiebelfleisch im 5,7 Liter Ultra. Oberhalb habe ich auch noch einmal Kartoffeln. Nur die Kartoffeln sind uns dezent immer zu wenig. Und deswegen ergibt sich das ganz gut, dass ich eine Knusperplatte habe und diese in der Mikrowelle eben auch nachmachen kann. Vor allem sieben Minuten geht weit schneller als im Ofen. Im Ofen dauern die Kartoffeln jetzt 45 Minuten und schmecken genauso gut wie aus dem Ofen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wie gesagt, die Knusperplatte kostet 29 Euro und mit dem Ultra 3,5 Liter und Deckel kostet das Ganze 103,50 Euro.